Hallo und herzlich willkommen, mein lieben Schnittchen, zu Feedback und Highlights diese Woche. Ich bin mal wieder da. Hallo, wir waren ja relativ unterwegs mit The Dreamhack und mit, boah, wir waren in diesem Monat schon viel unterwegs. Januar war recht gut. Ich freue mich aber echt aufs Wochenende. Mensch. Ja, Kommentar von Dr. O kommt gleich. Habt ihr nicht noch alten Kram, Videomaterial von früher auf irgendeiner Festplatte rumliegen? Off-Takes oder Retro-Zeug, das wäre doch mal was. Ja, das stimmt, aber ich glaube, stell dir mal vor, wir nehmen jeden Tag, keine Ahnung, so vier, fünf Stunden auf und vier, fünf Stunden Aufnahme sind ungefähr 50 GB. So, und wenn du die jetzt einfach mal noch so rumfliegen hast, also ich habe ständig schon Probleme, alleine schon die Daten auf dem Rechner zu lassen von den Videos, die noch nicht veröffentlicht sind. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, eine Woche aufgenommen haben, dann ist meine Festplatte schon quasi voll. Also wenn wir eine Woche Puffer haben, dann wird das teilweise schon echt schwierig. Und ja, ich könnte mir jetzt 100.000 Festplatten kaufen. Ich habe auch schon vier Stück, aber das ist alles ziemlich krass. Also mir fällt jetzt nichts ein, ich werde mal die Jungs fragen, vielleicht haben die auch noch was, aber ich glaube, da ist alles wegradiert. Leider nicht, aber wir haben ganz viele tolle Best-Offs und Reacts, wo man da noch alte, tolle Videomaterialien finden kann. Kommentar von Sebastian. Hey, ich habe selber einen Kommentar geschrieben. Ich weiß, das wurde bestimmt schon einmal beantwortet, aber es würde mich interessieren, ob es für euch besser ist, wenn wir die Videos auf der P-Smeet.de schauen oder auf YouTube. Da ich mich noch vage daran erinnern kann, dass mal gesagt wurde, dass es zur Zeit noch besser wäre, Videos auf YouTube zu schauen. Das ist ganz schön alt, die Aussage. Wir haben das damals gesagt, weil unsere Webseite halt noch nicht stabil war und wir da noch keine Vermarktung hatten und sowas. Und mittlerweile so seit drei Monaten haben wir da auch sowas wie eine Vermarktung, also dass halt Werbung da kommt, dass halt die Seite ständig bespielt wird und sowas. Wir haben auch ganz viele Singleplayer-Projekte, die halt ein Vorzug davon sind. Also News kommen da, dann noch die extra Content-Folgen, also so Singleplayer-Let's Plays meistens und halt alles viel früher, also zwei Stunden früher noch. Und ja, das ist der Vorteil von P-Smeet.de und das bringt uns auch mehr Geld, weil wir dann nicht den Kuchen teilen müssen, weil sonst müssen wir immer erst was an YouTube abgeben, dann noch ans Netzwerk und dann kommt das bei uns an. Und bei der P-Smeet.de kommt 100% bei uns an. Ein Kommentar von Tamo. Ich wollte einmal anmerken, dass es mir sehr gut gefällt, dass ihr dazu übergegangen seid, die täglichen Upload-Zeiten auf YouTube zu veröffentlichen. Ich als fauler YouTube-Nutzer genieße die zusätzliche Orientierung sehr. Ja, das ist eigentlich sehr gut. Gut, dass es diese Community-Funktion jetzt gibt. Da können wir euch ab und zu halt, wenn ein Video mal verschüttet gegangen ist oder es einen Fehler gab, dort informieren und das ist eigentlich sehr gut, weil wir euch da ein bisschen besser erreichen als über Social Media. Und genau das versuchen wir auch oder haben wir mitbekommen, dass ihr das wollt, auch den Upload-Plan zu posten, weil den posten wir auf Twitter, wir posten ihn auf peatsmeet.de, aber viele Leute, die nur auf YouTube unterwegs sind, die bekommen das gar nicht mit. Und über die Community-Funktion haben wir gemerkt, hilft euch das und kommt das gut an und wird gut angenommen. Und so wisst ihr immer Bescheid, was für Videos heute kommen. Holy shit, heute haben wir Tag der langen Kommentare. Der Passi hat geschrieben, ich denke mal, dass es solche Vorschläge schon immer wieder mal gab. Aber wie wäre es, wenn ihr mal wirklich mit einem Back-to-the-Roots-Video-Format in welchem ihr alte Spiele mal wieder spielt? So ähnlich wie bei Keine-Rosa-Brille, nur dass ihr eher Spiele, die ihr bereits veröffentlicht habt, den Zuschauern für 10-20 Minuten zeigt. Coole Ansatz, aber ich glaube zum einen, Keine-Rosa-Brille sollte da hingehen sein und zum anderen spielen wir auch häufig eigentlich alte Spiele. Wir haben sowas gespielt wie Stronghold, gerade bei Strategie Spielen. Strategie Spiele werden halt über die Zeit nicht langweilig. Bei Story Spielen, bei Rollen Spielen, die werden halt, die sehen nicht mehr so geil aus, sind von der Mechanik nicht mehr so aktuell und die Story kennt sowieso jeder meistens, weil man sie gespielt hat. Und halt so Strategie Spiele, Age of Mythology, Age of Empires haben wir jetzt noch gespielt, kommt noch eine Folge, Stronghold, so ganz viele. Und TTT, wir haben jetzt TTT, schon vier Jahre spielen wir TTT schon. Das ist quasi ein altes Spiel, was wir durchgehend spielen. Oder CODMW 2, sowas spielen wir halt auch. Und es macht halt, naja, nicht wirklich Sinn, Star Wars Battlefront 1 zu spielen, wenn man 2 hat und 2 auch nicht gut war und 1 auch nicht. Naja, ähm, du kannst ja mal einfach mal, oder ihr könnt ja gerne mal, äh, Spiele vorschlagen, die ihr aus der Vergangenheit gerne sehen würdet, ähm, die dazu passen. Mir fallen halt jetzt persönlich keine ein, weil wenn mir welche einfallen, dann mache ich dazu eigentlich auch ganz gerne ein Video. Also, schreibt da mal in die Kommentare, was euch da so einfällt. Und ein netter Kommentar von den Pixelhelden. Finde es sehr gut, dass ihr im Hintergrund ständig an euch arbeitet und verbessern wollt. Macht bitte weiter so, wie bisher. Solange euch das Spaß macht, werden wir auch Spaß haben. Dankeschön, Mushroom. Und Grüße gehen raus. Wir haben auf der Dreamhack ja mit der Truppe ein bisschen gequatscht und, ähm, mit Dave und allem. Und die haben ja, die haben ja so eine coole Formel 1 Gruppe. Und, ähm, eigentlich planen wir immer noch, mal ein riesen krasses Ding mit Formel 1 zu machen. Das ist jetzt hier top secret. Ähm, mal eine große Gruppe Formel 1 zu machen, wo wir mit den Jungs, gegen die Jungs, einfach mal eine Folge oder ein Rennen halt. Oder vielleicht auch zwei. Ähm, einfach mal fahren. Das wird mega chaotisch und alles. Und das ist super schwierig zu planen, weil es sind glaube ich dann, ähm, 18 Leute oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber das ist halt hart. Und, ähm, ja, da wollen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir es zwischen Ende dieser Season und Anfang nächster Season, die wahrscheinlich irgendwann kommen wird. Aber dazwischen einfach mal hin. Ich hätte da Lust drauf und, ähm, wir bleiben in Kontakt. Der Kommentar von Soul Edge Alpha. Wie wäre es denn mal wieder mit mehr ernsthaften Tryhard-Formaten? Aktuell gibt es ja eigentlich nur Formel 1. So unterhaltsam eure Spaß-Videos auch sind, fand ich CSGO oder LOL auch immer sehr nice. Ja, also wir machen, äh, eigentlich spielen wir in den 18 Uhr Battles fast immer Tryhard-Formate. Sowas wie Trials, TTT und, keine Ahnung, COD und all diese tollen Spiele, die competitive sind, ähm, nehmen wir eigentlich schon ziemlich ernst. CSGO ist leider ein bisschen raus, weil das bei euch nicht mehr so gut ankam. Ähm, und LOL sowieso, weil irgendwie keine Sau mehr LOL guckt. Alle gucken nur noch Streamer und LCS. Und, ähm, ja, vielleicht wird da noch was aufgelebt. Lass dich überraschen. Aber, weil ich hab da letztens nochmal was gehört. Aber, ähm, wir sind halt, naja, unsere Art ist halt nicht Tryhard im klassischen Sinne. Unsere Art ist halt Nubigkeit Tryhard. Also wir sind halt leider selber nicht so Profi, dass, ähm, wir dir wahrscheinlich das bieten können, was du zum Beispiel bei Dalu findest, wenn er CSGO spielt. Ähm, bei uns findest du eigentlich ja nur Faceball. Oh ja. Und das war's mit der Kommentarsektion. Ihr habt wieder fleißig, fleißig, fleißig geschrieben. Das find ich sehr, sehr gut. Ähm, Texte könnten vielleicht ein bisschen kürzer sein. Nein. Schreibt einfach runter, was euch auf der Seele brennt. Äh, Anregungen, Feedback, Kritik, ähm, Positives. Und einfach schreibt es. Schreibt es einfach hier in die Kommentare. Und wir können nächste Woche wieder darüber uns unterhalten, was euer Feedback da so war. Also, Feedback hier unter das Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit deinem Feedback vielleicht wieder. Die drei Must-Watch-Videos diese Woche sind einmal Hand of Blood, Age of Mythology, Bram, Jay, ich und Hand of Blood. Wir spielen, ja, einfach mal eine Runde Strategie. Und alle sagen, sie könnten's nicht. Aber es stellt sich doch was heraus. Und, ähm, es war eine sehr, sehr lustige Runde mit echt einem Brainfuck für mich. Weil irgendwas ist da passiert, was für mich und Jay nicht so logisch war. Jay und ich waren im Team gegen Bram und, ähm, Max. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Sonst haben wir noch einen Quickie-React gemacht. Ähm, ein paar ganz alte Quickies. Und ich muss sagen, oh, mega geil. Von vielen Sachen, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So Best-of-Szenen von, von Battlefield 3 oder damals aus den Menschen oder sowas. Das war, das war cool. Das ist einfach irgendwie, das finde ich irgendwie nice bei uns. Das ist, dass wir halt alles aufnehmen, was wir so über die Jahre gemacht haben. Und sich das einfach nochmal anzuschauen. Und zu merken, hey, was ist denn eigentlich damals passiert? Und was war denn da Geiles? Und das einfach nochmal, weil das ist ja im Video vorhanden. Also nicht einfach nur in meinem Kopf, wo es irgendwie mit der Zeit ein bisschen grau und verschwommen geworden ist. Ähm, und da sieht man das einfach. Und das ist einfach super cool. Macht sehr viel Spaß. Solltet ihr mal reinschauen. Und, ähm, ja. Das dritte Video ist, äh, ein Crash-Derby. Da haben wir hart gerockt. Naja, hart gefailt. Wir haben kaputt gemacht. Und zwar Autos. Ein Crash-Derby der anderen Art. Wreck, wreckfest. Ähm, schimpft sich das Ganze. Und wir haben alle zusammengespielt auf dem Server. Und es ging einfach nur ab. Mit ganz vielen anderen Leuten. Autos gecrasht und alles. Das war super lustig. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Kommen wir zu den Besonderheiten. Die es aktuell auf der PeteSmeet.de so gibt. Neben den ganzen Single-Player LPs, den News und, ähm, Gewinnspielen. Möchte ich hier drei Sachen hervorheben. Nämlich ein Divinity Original Sin 2 Gewinnspiel. Das hat Peter auch schon in seinem Vlog erwähnt. Dass es da was gibt. Und, ähm, ja. Da könnt ihr einfach mitmachen noch. Und einfach ein paar Kies abstauben. Von einem wirklich, wirklich sehr guten Spiel. Und, ähm, ja. Sonst findet ihr auch noch als Artikel etwas Besonderes. 5 Bestrafungen bei PeteSmeet. Das ist auch wieder so ein bisschen Rückblick. Auf das, was so an Bestrafungen gelaufen ist. So braminös. Oder so Kochen für andere. Oder damals noch das Tofu essen. So verrückte Sachen. Guckt man sich dann nochmal an. Und fand ich eigentlich ganz cool. Weil viele dieser Bestrafungen. Wir haben mittlerweile so viele Bestrafungen gemacht. Ähm, und bei vielen war ich auch gar nicht dabei. Ähm, aber es ist auch wieder einfach mal lustig, sich alte Bestrafungen anzuschauen. Und zu guter Letzt kommt noch eine schöne Liste vom lieben Sven. Grüße gehen raus. Lieber Sven, äh, du hast einmal zusammengeschrieben, welche Spiele alle im Februar rauskommen. Fand ich sehr geil. Weil ich bin da jetzt mal durchgegangen. Hab so gemerkt, oh, da sind einige Dinge dabei, die ich verpasst hätte. So, ähm, Shadow of the Colossus. Oder auch, ähm, Secret of Mana Remake. Hab ich gar nicht mitbekommen. Also so Playstation-Spiele. Dadurch, dass wir halt eher so am PC unterwegs sind. Gehen bei mir immer so Playstation-Spiele unter. Oder Xbox-Spiele. Und, ähm, weil ich die einfach nicht so präsent hab, welche dann noch so unterschwellig noch so rauskommen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Natürlich, Civilization kommt raus. Da machen wir auch noch was sehr, sehr Cooles. Nächste Woche zu. Freut euch drauf. Auf jeden Fall. Es wird spannend. Ähm, verfolgt uns einfach auf Social Media. Da werdet ihr noch informiert. Und, ja, das war's eigentlich. Und, ähm, es war eine tolle Woche. Es war eine sehr anstrengende Woche mit der Dreamhack. Ähm, ich genieße jetzt noch das Wochenende. Und, ja, weil letztes Wochenende war. Also, ich muss sagen, Dreamhack war geil. Aber man merkt halt, wenn man zwei echt volle Wochen hatte. Und dann noch das Wochenende komplett, ähm, auf einer Messe war. Merkt man doch, dass man auch mal gerne Wochenende hätte. Ja, einfach mal auf der Couch liegen, gammeln, was mit Freunden machen und ausschlafen. Ja, ich wünsche euch was. Euch noch einen schönen, seppig Sundaymorgen. Und haut rein! Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.